Im Wiener Wald, gleich vor den Toren Wiens gelegen, bietet das Team um Florian Lechner von Hellsklamm Outdoor Adventure ein 200 Hektar großes Bergwaldgelände, in dem 8 Offroad-Events im Jahr stattfinden. Mitmachen können ATV, Side-by-Side und Geländewagenpiloten, denen es um Geschicklichkeit auf selektiven Offroad-Tracks geht. Neben den Hellsklamm Kick-Offs und Offroad-Days sind dazu auch Seilwinden und Navigator-Kurse im Angebot. Hallo, ich bin der Michael, Stefan und Lukas, meine Söhne. Wir sind hier am 4x4 Quad-Trail in der Hellsklamm, das ist eine Waldgegend und wir fahren hier, weil es dreckig ist, weil es lustig ist und ein richtiger Männersport und würden uns freuen, nächstes Mal, wenn mehr Leute kommen würden und mehr Quad-Fahrer sind, dann ist das noch lustiger. Nein, bis zum nächsten Mal. So, ein Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wo gibt es Aub säkel Bürgirp understand ... ... ... ... ... Alles passt. Anhalten rechts einmal. Ist der Grott durchgefahren? Ja. Habe ich auch. Ja, was die oder? Das ist so, dass die Rettung schon hier gut vertreten. Das ist so, dass die Rettung im Lied. Die Rettung ist gut. Nichts, die Rettung. Die Rettung, die Rettung, der Rettung ausgesucht. Hier, die Rettung, die Rettung auf dem Lied und sein. Die Rettung ist nicht so, dass der Rettung nach oben angesprochen wurde. Der Warn ist ja witzig, oder? Der Warn ist ja witzig, oder? Der Warn ist ja witzig, oder? Die ist gut, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Neben dem Offroad-Fahrspaß und den selektiven Trial-Übungen kommt auf dem Hells-Klamm-Gelände auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz. Im Anschluss an die Veranstaltungen stehen ein Lagerfeuer, Musik und Party auf dem Programm. Wer mit dabei sein möchte, findet aktuelle Infos stets auf den Webseiten von ATV und Quad Magazin und Hells-Klamm.